ARD Text im Auftrag von Funk Oh, da sind noch mehr Brecher Okay, also anscheinend waren wir doch noch nicht ganz Naja, er hat auch gesagt, er glaubt, dass wir nicht ganz fertig sind Ah, so ein mieser Tilga Ja, was machst du jetzt, ne? Zack, kaputt So ein mieses Vieh Aber ich hab nur ein Schild, du Schwein Bam, kaputt Hepp Achso, ne, kann ich auch gar nicht Hier Ups Nochmal Also das Geräusch ist schon cool, was die machen 300 Zack, wiederhergestellt Da ist noch mehr Zeug Oh, hier Oh, Reelkonsole, kann ich selber machen Ach, jetzt bauen die neuen für mich Ach, sehr cool, falls einer kaputt gegangen ist Kann ich mir den jetzt hier neu bauen Und dann kann ich den mitnehmen zum Aktivieren Naja, der macht das, ja Oder? Klar, ja Geht das die Tür auf? Da auch Ach, ne, achso, hier Ah Oh Hier muss ein Trick dabei sein Versuchen wir's Okay, was ist der Trick? Und jetzt muss ich da Auf der anderen Seite auch noch die Konsole anmachen Ist das der Trick? Oder ist das, weil Weil das hier zwei sind und der andere einer? Ne Ist das der Ja, müssen wir mal gucken, was auf der anderen Seite denn so los ist, ne? Hier ist einer Ja, und da sind zwei und ich hab keine Ahnung denn Aber hier gönnst du auch noch weiter Da sind ja noch mehr Ah, ja, ja Ah, ne, das ist ja meiner Hä? Relekt-Konsole Irgendwas passiert Yep Oh, der kämpft gegen die Was macht er jetzt? Zack Oh Ist der Beobachter? Da Epp, hier Nochmal Oh, oh Ist die Tür hinter mir zu? Das gibt's ja nicht Oh, wir sind wieder hier Das ist Ja, angenehm Oh, die können wir machen Was passiert denn? Zack Geht's einfach nur aus? Ah ne, dann geht's wieder zu Das ist ja doof Das brauche ich nicht Braucht es offen Epp Sind wir Da sind wir nicht geschützt Können wir uns hier verstecken? Geht es? Ja, das zählt Epp Bam Was macht er jetzt? Kaputt Müsst jetzt eigentlich der Letzte sein Aber Warte, nee Da ist noch einer Bam Schade Na gut Jawohl Oh, 300 Ist zwar nicht schlecht So Wo sind wir denn jetzt hier? Ach Können wir nicht mit dem Und auch wieder Darüber gehen? Müssen wir wahrscheinlich Sowieso Oh, da kommt eine Brücke Müssen wir denn wahrscheinlich Sowieso Behälter Ah Hier Nix Unser Begleiter noch? Ne, der ist Der ist weg Oh, da Hier könnte man nochmal was machen Ne? Ja Dann müssen wir das Müssen wir den mal wiederholen Und mal gucken So Jetzt haben wir ihn wieder Mal gucken, was er damit Anstellen kann Da gehen wir hin Dann müssen wir auch auf die andere Seite rüber gehen Das hat ja da auch nicht geklappt Dann kann er das da auch nochmal machen Jetzt mal gucken, ob jetzt hier Drei und Vier sind oder so Aha Vier 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 Drei Tatsache Wo sind Relikte? Ach, die sind doch wohl da ganz woanders Hör doch auf So, dann gehen wir jetzt mit dem nochmal zurück So, vielleicht können wir auch versuchen Hier rüber zu gehen Unser Beobachter ist da oben Der kommt nicht so wirklich mit Können wir Das können wir leider nicht aktivieren hier irgendwie, oder? Ne Da müssten wir ja doch hin Die kommt natürlich Oh doch Die kommt jetzt wunderbar Oh oh Aber wir können uns verstecken Zack Zack Die fallen alle um Oh Haben die auch einen Tilga? Das wär Oh ja, Tatsache Ich kann sagen, das wär nicht so cool Was es auch nicht ist Oh, vielleicht kriegen wir ihn ja aber Ah Kaputt Auf die Entfernung kann der gar nichts machen Aber der hält so viel aus Ah ja Ah ja Boah, ey, jetzt stirbt doch Das gibt's doch gar nicht Ja Ah ja Da ist er kaputt 300 gab's für den Nicht schlecht Das ist ja trotzdem noch als Vorherkomme gezählt Da hab ich Oh Nicht gesehen, wie ich den überhaupt getroffen hab Ach, da ist keiner Ist der Der hängt bestimmt da oben irgendwo fest, ne? Das ist nicht richtig Dass der da ist Das ist nicht richtig Naja Kommt denn Kommt denn die hier auch raus? Ne, die kommt gar nicht raus, ne? Da müsste ich das bestimmt erst Aktivieren Kommt man da irgendwo hin? Ne Da auch nicht Ach, vielleicht kann man hier einen neuen holen Auf der Seite Da ist eine Reliktkonsole Okay Hier Ja toll, da muss er eigentlich hin, ne? Ach so Vielleicht ging das noch gar nicht Ich weiß das nicht Mal erstmal hier rein Mal Ob Wir da den neuen holen können Vielleicht sind es noch Oh, wir sind gleich da Okay Das war ein bisschen überraschend Ähm Warum sind das so viele? So Gut, aber solange es nur Brecher sind Ist es ja jetzt Nicht so schlimm Bam Alles mit dem Teleport Weiß nicht, wie viel das wirklich bringt Aber es sieht schon cool aus Jawohl Oh, da ist Das ist der letzte Alles geht daneben 160 Na ja So, da haben wir was geschafft Oder was? Okay Ist hier noch eine neue Konsole? Ne Keine Ahnung Keine Ahnung Was die Andere Seite da ist Warum Warum der da nicht mitkommen will Oh Was? Okay Doch nicht Ja, der kommt später Vielleicht nochmal Was hier jetzt passiert Zack Okay Was ist denn der Zerstörer? Oh Stimmt das wirklich? Doch nicht Es ging ein bisschen daneben Bam Da ist er doch Ach du Scheiße Okay Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück Was ist hier da? Ja Müsste man auch den Typen hinschicken Ja, oder ist er? Weiß noch nicht Ob ich den schaffen kann Was ist der Position hier? Hier mit seinen Weil ich auch nicht Noch nicht weiter zurück kann, ne? Guck mal Und vor allem mit diesen ganzen anderen Viechern, die hier sind Wie soll das denn gehen? Meine Herren Ist ja eine Aufgabe So Sehr gut Dann gehe ich hier nochmal Was soll ich denn scannen? Bestimmt ist auf der anderen Seite da, ne? Was ich auch nicht machen kann Weil mein Weil mein Relikt einfach nicht da ist Da ist PB Keine Ahnung, wo ich scannen soll Ach, hier kann man einen neuen bauen Okay, sehr gut Ja Da kommt er Oh, dann können wir jetzt hier die Seite auch machen Können wir denn Da Hier können wir nicht durch, ne? Doch Geht auch Oh, dann nehmen wir den erstmal mit Komm mal mit Hier War da nicht was? Ach ne, hier nicht Das war dahinter Naja, das ist aber ein bisschen doof denn Aber vielleicht kann der helfen Vielleicht kann der irgendwie verhindern, dass der andere Neue Beobachter baut So, hier war nämlich noch was Ja, ja Zack Ja, da geht er hin Guck mal, ob der jetzt gleich wieder nutzlos wird Oder ob er noch was machen kann Toll Na, was ist denn da los? Ist das Ganz toll Ja, das hat sie jetzt gebracht Und der geht jetzt Wo geht denn der hin? Der wartet einfach hier, oder was? Kommen wir hier weiter? Geht das? Der kommt mit Ja, okay Vielleicht können wir da irgendwo nochmal zurückgehen Weigert der sich? Oder kommt der mit? Oh Was? Wieso sind denn hier Relikte? Oh, das ist meiner Der ist ja doch mitgekommen Naja, das verstehe ich jetzt allerdings nicht Hier waren wir doch Au Ja Also meiner hilft auch sehr gut mit Ich muss nur aufpassen, dass der von dem Tilga nicht kaputt gemacht wird Okay Bam War leider im Fallen, aber vielleicht zählt es trotzdem Häp Ha Na gut, der gibt ja den Ja, mal 300 nochmal So ist Da ist nix mehr Ist es? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ja Oh ja Oh ja Wie wollte ich da sowieso hin? Ach stimmt, die Tür ging Die ging vorher gar nicht auf, ne? Mist, war das jetzt mein Beobachter? Der eigentlich hier hätte Ah ne, der ist schon da Er ist schon da Hier, mach auf Jetzt können wir das bestimmt beeinflussen Dass der Dass der Zerstörer da keine Sachen mehr bauen kann Oder? Ja Oh Ja 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 Kaputt Äh Das war hier drin Was ist denn das? Behälter, na toll Ist hier zum Scannen Ah Ah Ah, okay Gab's das in den anderen auch? Ist nur ne Wand gewesen Äh War nicht drauf geachtet bei den anderen Decke ist nix Tüfe, einen hohen Anteil Empfindungs, okay Nee Also okay Da ist schon mal nix hin Aber hier ist anscheinend auch nix hinter Der hat sich wieder verabschiedet Den Boy anscheinend nicht mehr Den können wir ja mal hier Hier wieder zurückgehen Sind hier jetzt aber auch wieder Relikte? Wäre ja Quatsch Ja Ist auch so Mal gucken, was bei den anderen ist Keine Ahnung, was sie jetzt meint Oh nee Der ist hier Warum ist denn der hier? Wo will denn der hin? Warum zeigt denn der das aber? Zeigt der mir, wo es lang geht? Ist das so? Muss ich das hier zuerst aktivieren? Geht das? Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder Sie könnten hilfreich sein Okay Ist hier ne Markierung? Nee Ist das ne Markierung da drauf? Weiß man nicht Nee, das haben wir schon gemacht Objekte Den Interface haben Haben Markierungen Oh Auf der Rückseite Nee Das ist auch nix Das ist nur so ein Reliktlicht Hier gibt's auch nix Da versuch ich mal das zu aktivieren Da müsste ja Weil das das erste ist Nee Glaube ich Die anderen hatte ich noch gar nicht aktiviert Ne, das war ja Äh War da nicht vorher noch ne Tür? Ist mir so Wollte ich das jetzt hier wieder Aufmachen? Geht das denn auf? Nee Äh Mann, dieses Gewölbe ist voll verwirrend Also nochmal zurück So, aber Wenn der noch da ist, ne Dann Muss es doch der richtige Weg sein Hier wird auch wieder gescannt Ah, hier könnte ich einen neuen bauen, okay Also das muss der richtige Weg hier sein Aber hier Ist der Ist der Fette hinter Moment mal auf der Karte Ach, hier sind Steine Da Kommt man vielleicht gar nicht durch Ist der einzige Weg hier Das ist so ne Kacke Sollen das gehen Na gut, denn Ja Okay, der ist da Vielleicht kann der ja auch dafür sorgen Dass die nicht gebaut werden Vielleicht kann der das ja machen Weil ich Wird jetzt mal bezweifeln, dass der das Im Kampf macht Ah, ich weiß nicht Assembler kann er vielleicht nicht nachbauen Zack, kaputt Der ist auch kaputt Das war ein Assembler Das war die Kombo Die Kombo Da ist er Ich hab Ne, der macht so Der hält so viel aus Das ist ja nicht normal Das wäre natürlich schön Okay, wenn der da stehen bleiben würde Ich nehm jetzt mal Ne Man kann ja nicht mehrere Sachen haben Ich nehm mal ne Brandmunition Rein Ne, der baut die nach Na gut, nur Bringt Brandmunition auch nicht so viel gegen Schilde, ne Muss man ja sagen So, jetzt haben wir gleich das erste Geschütz Das ist wichtig Bam So, der Belästigt mich gerade ein bisschen Oh, das zweite Geschütz ist ja auch Relativ wenig Schild nur noch Oh ja, jetzt haben wir gleich Ging er denn doch Der hat sich nur vorher so blöde versteckt, ne Oh, jetzt Hat er auch noch die Luke offen Bam Und die können wir nicht treffen hier Da kriegt er gar keinen Schaden, ne Kann das sein? Ist mein kleines Relikt kaputt gegangen? Kann das sein? Okay, wir müssen ja Schaden machen, ne Dass er Überhaupt Damit er sein Schild nicht regeneriert Äh Oh, das hat ihn gestört Jetzt hat er die Luke wieder offen Äh, Mist Oh 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 nein So, herrwoll Was für ein blöder Kampfner und Vettra Guckt die ganze Zeit nur zu So Oh, jetzt hat er die Klappe wieder offen Ey, was hab ich denn jetzt für ne Waffe Die Pistole, die andere ist leer Oder was? Tatsache Hat er von alleine gewechselt Okay Ist ja ein bisschen ungünstig Aber er hat glaube ich seitdem Nicht wieder welche nachproduziert Und die macht ja jetzt auch gar nicht so wenig Schaden Aber ich glaube, die Naja, die hatten Nicht so viel Munition Hat er gerade doch nachproduziert Ähm Ja, der macht neuer Also wenn ich nix mehr hab, dann wird's kritisch Äh 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 Er wollte Data kassiert Es ist ein Vorfahre Was auch immer das ist Ist gar kein Zerstörer So Das hat die ein bisschen gestört, glaube ich Äh So fläten der gar nix Na jetzt doch Oh man ey Ich hab ne 100 Schuss Okay Das hat ein Der kriegt doch Schaden, ne Klar Bam Na klar kriegt der Schaden Ich warte die ganze Zeit hier rum Das ist ja Quatsch Als ob Wie viel hat das jetzt gegeben wird noch Okay, da geht irgendwas kaputt anscheinend gerade Da ist Da ist kein Zerstörer mehr Das Werd ich ganz bestimmt nicht von so einem Beobachtern kaputt gemacht Ah, der ist ja meiner, der ist ja noch da Ha Mann ey, wie lange hat das jetzt gedauert Was für ein mieser Kampf Ne, das ist alle kaputt Krieg ich heute Meine Erfahrung, jawoll Überreste So viele Beobachter Das Werdra ist wieder da, ne Ja Guck, dass ich auch das Zeug von dem mitnehme Das wäre ja interessant Keine Ahnung, was das nun war So, da Ist anscheinend irgendwas passiert Warum ich fokussieren sollte So wie Ah ja, der ist schon Okay, der ist schon da Wunderbar Kann das ja machen hier Denn Weiß ich aber immer noch nicht, wofür diese komischen Relikt-Teile waren Ah Wird das jetzt das größte Sudoku Das es jemals gab Ah Die Chiffrie-Schlüssel, oh Also ich könnte es auch Beschummeln anscheinend, aber das meine ich natürlich nicht Gibt ja auch eine Trophäe für Relikt-Rätsel lösen Also Das ist Das holen wir uns natürlich So, wer weiß Als wie viel das denn zählt So, das machen wir auf jeden Fall mal hier Das war wichtig Achso, da drüben können wir was scannen Der ist schon da Okay Die Fräse aktivieren Okay, also hier geht es ordentlich ab Was ist Da kommt man nicht hin, ne? Nee Gibt's? Nee Hab ich nur ein bisschen Schaden gekriegt Da kommt man nicht lang Relikt-Konsole Interfacing Oh, ich Hätte beinahe X gedrückt Wie einfach Ah, ist aber schon schwer, ne? Sind nur vier gegeben Ich werd's machen Ha So, also es kam mir doch ein bisschen schwerer vor Ich musste doch ein paar Mal hin und her Aber wir gehen jetzt die Sicherheit nochmal durch, ne? Ich hab jetzt keine Lust nochmal gegen so einen zu machen Wir haben hier Sind alle einzigartig Das ist genau so hier Das ist genau so hier Und genau so hier In der Reihe Hier sind alle einzigartig Hier Und hier Und hier auch Das muss reichen, ne? Lösung Bam Ja Müssen wir jetzt rausrennen? Gut Nur Dass ich jetzt immer noch keine Ahnung hab Wofür diese Dinger hier da waren Ne? Wozu ist es gut jetzt? Das hat mir nix gebracht, glaub ich Ne? Einfach Oder es hat mir doch was gebracht Ich hab's noch nicht mitgekriegt Aber wir haben's geschafft Wir machen gleich oben noch ein Level auf Das haben wir ja auch gekriegt Also das Ja, das war schon gar nicht so ohne Wir haben alle Munition verschossen Okay, jetzt haben wir's wieder Zack, nachladen Also das war, glaub ich Bisher der schwerste Gewölbe Weil mit diesem komischen Zerstörer Boss Na gut Aber passiert jetzt was damit? Sagen die jetzt oben Jo Jetzt hast du's geschafft Und jetzt Naja, keine Ahnung So Ach stimmt Das war in so einer Kuppel hier drin Ach Die Sonne Vielleicht Irgendeine Sonne So Ah, hier geht's wieder her Das war ja nicht so groß Ja So, das heißt Das haben wir geschafft Wunderbar Dann Haben wir noch ein Quest Vetrash Loyalitätsmission Das ist mal als nächstes Bevor wir das machen Werden wir aber Punkteausgeber Sieben haben wir ja Guttig Können wir Sieben Naja Doch, ich geb die jetzt erstmal hier rein Mit dem Sniper war ein bisschen doof Die waren ein bisschen verplempert Ne Aber Kräfte schaden Ist besser Okay Geben wir die anderen auf Aha, stimmt Bringt ja nix Die können das ja gar nicht Ups Wollt schon gerne noch speichern Na, macht er schon So denn So ist das So und hier geht's jetzt Äh, dahin Naja Wollen wir mal gucken Wie ihre Mission wird Da haben wir jetzt auch Ganz schöne Unterschiede gehabt Welche, die ziemlich schnell gingen Und welche, die auch Ziemlich schwer waren Und länger gedauert haben Oh, da ist nur eine Kuppel, ja Ach, muss ja auch Wenn das auch so eine Mine hier sein soll So, haben wir jetzt hier Auf der Karte was entdeckt Inzwischen Ne, da war gar nix Wunderbar So, na, den Den bin ich mal gespannt Oh Aber okay Laut SIDS-Informationen Werden dort die Siedler festgehalten Wir sollten uns das ansehen Okay Dann machen wir jetzt aber Erstmal Schluss Und in der nächsten Folge Holen wir dann die Siedler da raus Also haben wir zum nächsten Mal bei Mass Effect Andromeda 신amerika-gesحدet-learnen-oßlech-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-lauch-